hallo ich begrüße euch zu einem neuen video und heute kommt mal wieder ein hot wheels und zwar habe ich hier den toyota ae86 corolla so sieht er aus ich werde ihn gleich auspacken wie ihr wisst ich habe ja auch noch den dritten kanal den ich ja eigentlich für diese autos hier haben wollte bloß wie gesagt aus zeitgründen ich habe nachher immer weniger zeit wenn es zum winter hin geht und da habe ich schon mit diesen zwei kanälen hier zu tun die den zu bestücken dass auch wirklich jeden tag ein video kommt ob es dann nachher weiterhin klappt das täglich den videos hier kommen kann ich nicht versprechen das werden wir dann sehen ich versuche jetzt noch in der zeit hier so viel wie möglich vor zu produzieren das heißt also dass ich erstmal für eine längere zeit auch garantieren kann dass jeden tag ein video erscheint bloß ob ich es dann nachher zum winter oder zum ende des winters sind immer noch halten kann das weiß ich leider nicht und das wird sich dann erst zeigen so diese videos hier werden sich auch ein bisschen verändern sage ich mal ich habe das so vor wie gesagt ich zeige euch die hier original ja wie sagt man dazu blister in dieser original verpackung werde die dann auspacken und werden sie euch auf dem drehteller in einer nahe an sicht dass ihr die von allen seiten denn sehen könnt werde ich die euch denn präsentieren daten zu den autos findet ihr unten in der infobox die packe ich da rein das sind meistens von wie heißt die seite wie pdk oder so ähnlich oder aus von irgendeiner anderen seite aus dem netz irgendwo bekomme ich die daten dann immer her und ich hoffe ihr habt jetzt spaß dabei bei dem toyota aber die 86 corolla